Leute, ich glaub Braxys geht's nicht gut. Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Aber wenn du das Video in den nächsten 4,44 Sekunden likst und den Kanal abonnierst, dann geht's Braxys schon bald besser. Freunde, es wird wieder Zeit, einen Weltrekord an Fortnite aufzustellen. Und zwar werde ich heute versuchen, so viele Kills wie möglich mit dem Auto in einer Runde zu schaffen. Das Gute ist, das hat bis jetzt wahrscheinlich noch gar keiner gemacht. Aber ich werde trotzdem versuchen, 10 Kills zu schaffen. Das wird einfach nur krank. Ach, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tragt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Leute, das wird einfach so verrückt werden. Wir müssen nur irgendwo runtergehen, wo wir direkt ein Auto finden werden. Ich hab ne Idee, Freunde. Das wird die Idee. Wir gehen einfach direkt bei Lazy Lake runter. Denn da ist ein Autohaus und da müssten wir direkt ein Auto rausziehen können. Boah, ich bin so gespannt auf welches Auto wir direkt kriegen werden. Warte mal, warum ist hier keins? Hä? Sind die schon wieder rausgenommen worden? Welches Auto kann ich denn mitnehmen? Oh Mann, das ist ein Taxi. Taxi hab ich erst einmal gespielt. Boah, das ist zu geil. Ich bin das erst einmal gefahren, aber das geht richtig ab. Ich sag's euch. Warte mal. Warte mal. Oh mein Gott, hier ist einfach der rote Lambo. Der ist noch viel besser. Ich loot hier eben und dann geht's richtig ab. Und jetzt, Freunde, werden wir versuchen, einen Weltrekord zu brechen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist einer. Jetzt oder nie. Oh mein Gott. Wo ist er hingeflogen? Das ist der allererste. Oh mein Gott. Wie krank war das denn? Das war viel besser als gedacht. Da ist schon wieder einer. Loll, der Wagen ist jetzt zu heftig. Ja, komm her. Hau rein, Digi. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man driftet, das ist der nächste down. Wir haben einfach schon zwei Kills. Der Wagen ist nicht mehr wirklich kaputt. Da ist schon wieder einer. Verwalt, ja. Das ist der nächste. Oh mein Gott. Was geht hier gerade ab? Drei Kills als Opener. Ich habe euch gesagt, das wird ein Weltrekord. Wir nehmen die Heilung jetzt hier noch mit. Und es sind einfach noch 68 Leute am Leben. Das heißt, wir können auch eine Menge Kills schaffen. Das wird zu krass werden. Das wird zu krank werden. Wir haben schon drei Leute down. Wer hätte das gedacht? Oh, ich schieße nach welcher. Was soll ich machen? Wie kann ich den denn kriegen? Oh, oh. Der hat der Pumpgun. Ganz ruhig. Ich muss hier weg. Oh, no, 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 no. Die fighten an der Tanke. Wo seid ihr? Da sind sie. Lauf weggekommen. Ja, wir haben den einen. Und der andere ist auch fast genockt. Was geht ab? Oh Gott. Komm her. Komm hier her. Ein Schau. Das geht's gar nicht. Das ist zu OP. Das ist zu OP. Einfach nur. Da hinten ist schon wieder einer. Das Problem ist, der Wagen geht bald hoch. Wenn da gleich einer rauffällt, ist was das? Meint ihr, den kriegen wir? Oh, no. Das wird nix. Was macht der denn da? Hä? Hallo? Was ist mit dem los? Der war ja gar nicht ansprechbar. Alarm. Oh, nein. Mein Tank ist halt war leer. Nein, 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 nein. Oh, genau. Jetzt wird er aggressiv. Ey. Okay. Ey. Das ist nicht gut. Ich komme doch mal wieder. Schnell voll tanken. Schnell voll tanken. Gib Gas. Gib Gas. Da ist er. Jetzt aber. Oh mein Gott. Da ist sogar noch irgendwas mit Rampage. Sechs Kills am Start. Boah, dieses Auto ist einfach zu schnell. Warte mal, da fährt einer. Was ist denn mit dem los? Jetzt machen wir erstmal Trick 17. Beifahrersitz. Schieß. Okay. Oder auch nicht. Das ist nicht gut. Nein. Er schießt einfach mal den Reifen kaputt. Warum schießt du denn den Reifen kaputt? Boah, die meinen es brutal ernst. Ey. Wir hauen jetzt hier erstmal ab. Ich ziehe jetzt erstmal leider. Warum schon? Nein. Der Wagen ist kaputt. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Aber hey. Wir haben einfach sechs Kills in der ersten Runde geschafft. Wie krank war das denn? Nein. Was ist das denn für eine schlechte Route? Die springen doch jetzt alle raus. Nein. Nein. Gleich ist keiner mehr Battle Bus drin. Wow. Wie viele Leute kommen hier? Was meint ihr? Soll ich direkt den Wagen nehmen oder soll ich noch warten? Ach. Wir nehmen den jetzt einfach direkt. Ziehen direkt durch. Da baut schon irgendeiner. Da fährt irgendeiner weg. Oh, oh. Der schießt auf mich. Wenn ich Treibstoffe, ist auch gut. Wir warten hier einfach kurz und... Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht gut. Nein. Was passiert hier? Hör doch auf. Hör doch. Ich mach gerade mein Auto kaputt. Was tue ich hier? Hauptsache, die sind alle auf der Straße. Ich muss es mal ab. Du bleibst. Das war Nummer eins. Ich hab kein Benzin mehr. Das ist das Problem. Das war zwei. Der macht die Kiste auf. Oh no. Wir sind einfach leer. Wie los ist der denn? Leute, der will gleich mich platt fahren. Ich komm aus dem Knast. Viel Leide. Das Gute ist, der Typ hat gleich eh keinen Sprit mehr. Den können wir sowas von entkommen. Hier war doch eben noch einer. Der Wagen ist richtig geil. Aber ich sag euch, der frisst Spritz ohne Ende. Hier kommt schon wieder was. Was? Noch ein Rennwagen? Ey, der will mich platt fahren. Was ist mit den Leuten hier los? Wie viele kommen in mir hier? Ich hab ihn getroffen. Jetzt mitten rein. Oh oh, mein Wagen explodiert gleich. Boah, die verstehen ja gar keinen Spaß. Hau ab. Hier we go. Alter, was passiert hier? Da hinten ist auch noch einer. Fastest fuck, boy. Der ist einfach ausgewischen. Jetzt fällt er noch hinter mir her. Loll. Zieh durch. Nein, zieh nicht durch. Da hat man mein Wagen gecrashed. Das gibt's doch gar nicht. Ich mach's fertig hier. Da ist der schon wieder. Der will immer noch hinter mir her. Der ist drin bei mir. Boah, hör mich der Scheiße aus. Alter, steig aus. Boah, ich werde dir dringend. Da war ich. Ich fahre alleine weiter. Ciao. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wow. Was war das denn? Okay, Freunde. Nach 20 weiteren erfolglosen Versuchen sind wir immer noch bei 6 Kills. Und ich glaub, wir brauchen ein bisschen Hilfe von einem Freund. Und da Braxis eh nicht so gut zielen kann und mir die Kills schon nicht wegstehlen wird, hab ich ihn ausgewählt. Okay. Bist du bereit für den ultimativen Plan? Der ist einfach so OP. Ist das ein böser Plan? Nein, das ist ein guter Plan. Wir fliegen jetzt einfach nach Salty Springs zur Brücke. Da, wo dieser Tank ist, da werden wir uns 200 Leben holen und dann sofort einfach ein LKW zur Verfügung haben. Okay, okay. Okay. Wie viele Kills hast du bis jetzt schon geschafft? Oh, nur 6. 6 nur. 3x6 geschafft. Nur, pass auf. Das ist jetzt dein Weltrekord gerade, ne? Ja, ja. Das ist gerade der Fortnite Weltrekord. Komm her, schnell. Boah, da sind wir schon in der Tanke. So, und jetzt direkt rein. Let's go. Wir fahren zur Tanke, holen dir eine Waffe und wenn wir Glück haben... Der fährt weg, der fährt weg. Da ist aber noch einer. Egal, der fährt da rein. Der geht da rein. Okay, der kommt uns entgegen. Was passiert hier? Da, 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 da. Geradeaus. Ich zieh durch. Rein, rein, rein. Also, ich zieh komplett durch. Ups. Der soll ich gar nicht wieder eskalieren. Du hast ihn genockt. Ich hab den Kill nicht dadurch bekommen. Fahr, fahr, fahr. Einfach durch, einfach durch. Ja, 97, 97. Der hat nichts mehr. Ja, ich nehme Speed. Einmal. Das ist ein anderer, das ist ein anderer, das ist ein anderer. Da kommt noch einer. Wie viele sind hier? Wo kommt der denn her? Einmal. Ich hab einen Kill. Zweimal. Zweimal. Nein, dahinter, dahinter, gut klar. Ja. Ich muss ihn. Ich hab ihn auch getroffen. Eingelockt. Eingelockt. Leute, willst du wissen? Er ist, oh mein Gott. Ja, ich hab ihn. Drei Killed. Du hast, da drin muss noch einer sein. Okay, warte. Vor mir, vor mir, vor mir. Der gegen die Gang fährt. Er ist tot. Go, go, go. Er wurde von der Gang gekillt. Oh, der geht hoch. Der geht hoch. Okay, die Gänge müssen wir erstmal platt machen. Ja. Was ein Zufall. Die wollen aber auch einfach immer Ärger haben. Was ist mit dem hier los, Alter? Ich hab keine Ahnung. Dass du genau aber wieder hinten sitzen musst, das ist so cringe, als wäre ich da ein Fahrer. Wo wollen sie hin? Können Sie uns bitte einmal zur nächsten Tankstelle bringen? Ja, das können wir natürlich machen. Einmal zur Tankstelle. Ist da eine LKV? Direkt an der Brücke. Ja, warte, 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 warte. Ja, doch, da ist einer. Perfekt. Okay, bitte einmal umsteigen. Da ist auch ein Gegner. Da schießt einer. Okay, gleiche Taktik. Du schießt die an und dann knack, knack. Knacki, knacki. Lol, der ist hier. Ja. Lol. Hast du ihn? Ja. Du hast ihn. Er ist komplett weggeflogen. Links. Ja. Ich halt drauf. Ich halt drauf. Gib ihn, gib ihn. Nein. Ja, ist auch gereicht. Hinter uns noch einer. Hinter uns. Bisschen links, rechts. Kombi. So ist gut, so ist gut. Und jetzt? Oh, rein. Der ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Oh mein Gott. Ich tank den Truck eben noch voll und dann geht's weiter. Fünf Kills schon. Ich hab jetzt schon wieder sechs Kills einfach nur. Direkt links von uns. Ich mach mich bereit. Der ist halt übertrieben langsam gerade. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Direkt vor uns. Direkt vor uns. Lol, da. Fein, fein, nein. Rechts, fein, nein, rechts. Ich zähfe auf den rechts. Rechts. Komm schon. Ich musste. Sorry. Ja, ist okay, ist okay. Komm zu bauen und einfach bauen und einfach bauen, wenn die hinter uns. Einfach zubauen. Ja, genau, genau, genau. Wir wechseln jetzt gar nicht mehr. Was ist das denn? Lass mal kurz den Truck wechseln. Die holen sich auch noch gegenseitig wieder. Ja, der muss ihn wieder. Ja, auf der Geraden. Das reicht schon. Das reicht. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Das reicht. Jetzt. Tschüss. Nein, der andere ist auch tot. Aber ich hab mehr. Ich hab mehr. Ich hab sieben schon. Naja, das schaffen wir auch nicht. Lass einfach den Lootrap hole und dann mit dem Jumppad in die Zone springen. Das schaffen wir schon. Kannst du auch bauen? Kannst du auch bauen? Ja, okay, mach ich. 18, 17. Boah, das wird echt knapp werden, ne? Okay, bau einfach auf. Let's go. Oh, nee. 3, 2. Ich hab halt keine Eilung. Ach Gott, du schaffst es alleine. Zieh durch, zieh durch. Nee, ich kann dich nicht wiederholen. Sorry. Nee, nee, zieh durch, zieh durch. Boah, was geht denn hier schon wieder ab? Kaum sind Autos drin. Eskalieren einfach alle. Was soll ich machen? Ich kann nur das Auto nehmen. Oh, ich hab keine Wahl. Ich will das einfach draufhalten. Überfallen. Nein, ich hab wieder was gemacht. Ich hab wieder was abgezogen. Hauptsache, die schießen gar nicht auf den Mönch. Das sind ja richtige Ehren, die Jungs. Trazer. Ja, ja, ja. Nochmal. Einmal. Ja, halt drauf, halt. Nein. Nein. Doch. Leute, ich hab ihn geschafft. Nein, ich hab ihn nur plattgefahren. Oh, oh. Oha, was geht hier ab? Nein, zieh dich durch. Jetzt. Ich hab ihn schon wieder getroffen. Du musst aufpassen. Wo ist der? Der ist. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Hammer, dein Auto explodiert. Dein Auto explodiert. Wow. Wenn die jetzt hier irgendwo auftauchen, das wär so nice. Das wär der Kron. Du musst einfach nur zwei holen. Egal. Sieg mir lecker. Lass hier irgendeinen auf der Straße sein. Ich seh einen im Busch. Dein Busch, im Busch. Ja. Gib rein da. Ich halte es auf. Ich tue so, als wenn ich nicht reinfahre. Und jetzt? Psych. Oh, oh mein Gott. Eine noch. Du hast recht. Ein Kill einfach nur noch. Meinst du? Über dir. Ja. Was passiert hier gerade? Nein. Mach doch mein Auto nicht kaputt. Okay. Sie machen mein Auto kaputt. Du brennst. Du brennst. Warte mal, das neues Auto. Wir haben noch eine Chance. Ich muss nur das Auto kriegen. Bitte lass ich normales Auto sein. Ja. Ja. Ich fahre hier unten. Wo ist er? Nein, der ist da hinten. Da, da, da. Oh, das wird so schwer werden. Die kommen hier. Die müssen jetzt runterkommen. Wingzone. Ich versuch's einfach. Der Recht ist der Luft. Oh Gott. Komm schon. Ja. Oder? Nein. Fahr runter, fahr runter, damit die nicht kaputt sind. Ich fahre runter. Nein, ich hab das. Ich bin der Reifen, die sind kaputt. Oh Gott. Ich bin der Arsch. Ich bin der Arsch. Das hört ja gar nicht mehr auf. Nein. Du hast kein Auto mehr. Du hast kein Auto mehr. Nein. Nein. Ich hab ihn genockt. Doch. Durch den Sturm. Das zählt. Der ist tot. Das zählt. Der ist tot. Es zählt. Der ist tot. Du hast den gegen ihn. Eins gegen eins. Da, oh komm. Was macht der denn da? Was macht der da? Hä? Du hast ein Sniper. Was wird denn das? Er hat das gesehen. Nein. Was macht der denn da? Der verarscht mich. Ich glaub, der will mich verarschen. Der ist einfach auf Man-Trampo drauf. Das sieht über dir. Das sieht nicht gut aus. Wo ist der? Du hast keine... Ja. Schade. Aber Leute, wir haben es einfach geschafft, 10 Kills zu machen und noch 2 Assists dazu. Also, wenn das nicht der aktuelle Weltrekord ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das muss erst mal einer schaffen, ehrlich. Jetzt ist es an euch, Freunde. Knackt den Rekord. Ich bin hier für die money. Ich bin hier für die fame. Though es might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater, too. I'ma put a ride on ya. I came from California, trying to make it in life. It's golden Eratacha, dreams of my own. I've been working for...